LSH Ich glaube es ist ein Weg mich freue hier zu sein Wie geht es dir denn? Hast du Schweinegrippe oder sowas? Ich habe alles, ich habe das ganze Paket Hast du einen Bezug zu Schleswig-Holstein? Das ist meine allererste Frage Wenn ich weiß, dass es dir gut geht Ich habe einen Bezug zu Schleswig-Holstein und zwar die wunderbare Stadt Kiel Hat mir einen der wunderschönsten und wunderbesten und barsten Kollegen geschenkt, die ich jemals hatte Das finde ich total nett, du kennst mich doch gar nicht Ich kenne dich gar nicht wirklich, aber das wollte ich dir jetzt nur an dieser Stelle gleich mal unvermittelt durch die Blume rüberschießen Okay Haben dich deine Eltern zur Schauspielerei gezerrt? Nein, die haben das ganz gelassen gesehen Mal gucken, was da wird Aber auch, du kommst aus einer Schauspielerfamilie, weiß ja auch nicht unbedingt jeder Ist natürlich dann Talent in die Wiege gelegt, aber oftmals ist es ja so, dass sich die Kinder dann eher gegen die Eltern erstmal anlehnen oder gegenlehnen oder auflehnen Das ist richtig, ich bin halt aber damit aufgewachsen Mein Vater wohnte in Berlin, meine Mutter in Chemnitz Für alle, die das nicht wissen, das ist in Sachsen Berlin? Nee, und dadurch war ich halt immer am Theater von meiner Mutter oder am Theater von meinem Vater Und das waren halt zwei unterschiedliche Welten auch im Theaterbereich und so Unterhaltungsindustrie und seitdem, ich fand das immer toll Was hätte aus dir nochmal werden können, außer Schauspieler? Regisseur Und außer, sagen wir mal, künstlerischer Beruf hättest du auch, sagen wir mal, irgendwo in einem Steuerbüro landen Keine Ahnung, ich wüsste es nicht Was künstlerisches hätte es schon sein müssen Ja, Musiker Spielst du auch ein Instrument? Ich spiele das Piano Wir reden jetzt schon über diesen neuen Film, deswegen bist du ja auch hier, 12 Meter ohne Kopf Das ist absolut korrekt Eine Piratensaga, sagen wir mal Das ist in dem Falle genauso richtig Da spielst du nicht Klaus Störteberger, sondern den anderen Gürdecke Michels Gürdecke Michels Genau Gürdecke Den habe ich vorher nie gewusst, dass es den überhaupt gibt Das war aber damals in Wahrheit der bekanntere Pirat Ja? Der war cooler drauf, oder? Der hat Klaus Störteberger eingestellt Das war so der FC Bayern sozusagen, der Piraten damals Er war FC Bayern und Störteberger war nur 1860 Oder Werder Bremen Warum ist euer Piratenfilm jetzt nochmal sehenswert, obwohl man vielleicht Fluch der Karibik schon geguckt hat? Weil das ein deutscher Piratenfilm ist, das hat unheimlich viel mit unserem Land zu tun Und das ist eigentlich echt geil, deutsche Geschichte, deutsche Legenden Vielen Dank für deinen Besuch hier Das war total toll Das war toll, vielen Dank Wirklich Ich komme bald wieder Unbedingt for Friendship For Friendship sind wir wieder in Kiel, Leute Und dann haltet euch fest, dann brennt die Luft Im Ernst, da bringst du deinen Kuro mit Wunderbar, Kollegen Friedrich Mücke mit Ich sage dir wirklich eins, wir haben gerade in Berlin alleine mal eine Sendung moderiert Wenn ich mit Friedrich hier auftauchen sollte Bitte Dann wird es sehr, sehr schwer für dich Wo kommt der her? Friedrich kommt aus Berlin, Köpenick Okay, Hand drauf Also Hand drauf, du kommst vor Friendship nochmal vorbei Danke dir Das war toll, vielen Dank Hat mir auch Spaß gemacht Vielen Dank Toi, toi, toi für den Film und deine Familie Toi, toi, toi Tschüss